Hallo, Ethan. Wie geht es dir? Ethan, hast du Lust, Farben zu lernen und einen riesigen Lutscher zu machen? Yahoo! Großartig. Dann fangen wir an. Rot. Gelb. 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 Orange Grün Blau Grün 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 O Die Maschine ist jetzt voll. Die Maschine ist 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 voll. Eins. Die Maschine ist voll. Die Maschine ist voll. Die Maschine ist voll. Die Maschine ist voll. Drei. Juhu! Aha! Vier. Fünf. Sechs. Gut gemacht, Evelyn. Du bist fantastisch gefahren und hast heute so viele Zahlen gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und sechs. Bis bald, Freunde. Wir sehen uns.